Hallo! Wir haben eine sehr bekannte Schauspielerin. Sie kommt aus Deutschland. Sie ist eine internationale Berühmtheit. Willkommen bei der einzigartigen und unvergleichlichen Franka Potent. Hallo, Hallo Jorge. Ich bin sehr glücklich hier mit Ihnen sein. Ich habe Franka. Ich habe. So zum Ersten, erzähl uns Franka. Was war einer der Filme mit deinem reichsten Teilnahme? In Deutschland, der Film Lola Rent hat sehr viele Anerkennung und die amerikanischen Filme The Conjuring 2 im Jahr 2016. Die Filme waren weltweit ein Wohler Erfolg. Ich habe The Conjuring 2 gesehen. Ich habe den Film gemacht. Ich habe gehört, dass du in Serien gespielt hast. Ja, ich habe in Serien gespielt. Ich mag die Atmosphäre in Filmen und Serien. Ich habe in der Serie American Horror Story gespielt. Ich habe Charlotte Brown gespielt. Auch habe ich wie Anna Frank gespielt in der zweiten Staffel. Ich habe in der zweiten Staffel. Ich passe mich sehr leicht an den Serien an, weil in 2003 ich in einem Film mit Tom Tiger, der Kainiger und die Katherin gespielt und einige Szenen waren in einem Asyl. Meine Lieblings Horror- und Suspense-Serie. Natürlich habe ich es in der Serie gesehen. Welche unglaubliche Interpretation du verarbeitest? Seit wann du handeln? Entschuldigung, entschuldigung. Keine Sorge. Ich bin froh, dass du meine Leistung erkennst. Vielen Dank. Nachdem ich auf Ihre Frage eingegangen bin, bin ich seit 1995 Jahre auf der Kino Band der deutschen Kinos aufgetrennt. Als ich später mit dem Film konkurrierte, im Jahr 106 und 1997 im französischen Kino mit dem Film aufgetrennt. Natürlich sind meine Erinnerungen etwas, das ich liebe. Sie sind die Darstellung meiner Bemühungen und Hingabe in meiner Arbeit. Eine der wichtigsten Ausweisungen, die ich habe, ist der deutsche Filmpreis für die beste Schauspielerin bei zwei Gegenheiten. Erst 1999 für Lola Rent und für Opernball im Jahr 200. Okay, das ist alles. Vielen Dank, Branka Potente, für die Interview. Nein, danke, Jorge, für die Einladung. Vielen Dank, tschüss. Tschüss. Musik Musik Musik